Hallo und willkommen bei Hardware Rat. In diesem Video das Update des 400 Euro Gaming Computers Oktober 2013. Als Prozessor der AMD FX 6300 mit 6x3,5 Gigahertz. Er hat einen Turbo-Takt von 4,1 Gigahertz, 95 Watt TDP und er wird in der Boxversion geliefert, das bedeutet ein Kühler ist schon dabei. Der Prozessor reicht locker für alle derzeitigen Games aus und falls er mal zu schwach wird, kann man ja übertakten. Und als Mainboard das ASRock 980DE3 US3S mit dem AMD 760G-Chip-Satz. Es hat USB 3, Sata 3, 4 DDR3 RAM-Bänke, Pisa Express 2.0, ein 5.1 Soundchip und am IO-Panel 2x PS2 einen seriellen Port, 4x USB 2, 2x USB 3, eine LAN-Buchse und drei 3,5mm Klinkenanschlüsse für den Soundchip. Als Arbeitsspeicher 4 GB Corsair Valoo Select DDR3 1333 DIMM, CL9, DDR3 1333 und CL9 ist direkt flott und 4 GB reichen für alle Spiele aus, wenn man nicht allzu viel im Hintergrund laufen lässt. Falls man will, kann man sicher noch einen zweiten dazu kaufen. Als Festplatte die 500 GB Seagate Desktop-HDD bzw. Seagate Barakuda 7200.14. Sie ist dank 7200 Umdrehungen eine schnelle HDD und 500 GB können ausreichen, aber Speicher kann man ja natürlich immer nachrüsten. Dann als Grafikkarte die 1 GB HES Raiden HD 7850. Mit dieser Grafikkarte kann man zum Beispiel Spiele wie Battlefield 3 auf hoch spielen und von AMD gibt es noch zwei Spiele gratis dazu. Und als Netzteil das 350 Watt Corsair VS Series Non Modular 80 Plus. Es hat ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und 290 Watt auf der 12 Leitung sind für den PC mehr als genug. Und als Gehäuse das Sharkoon VS3V Midi Tower. Es ist wie immer nur ein Vorschlag, ihr dürft natürlich selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als zwei Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken. Dieser führt euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.